Wird Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau. Wir sind bei der Firma DECDEC. Was macht diese Firma und was ist das Highlight auf dieser Messe? Das erklärt uns jetzt Katrin. Wir entwickeln Spielmöbel und Anti-Aggressions-Spielzeug. Auf die Idee gebracht haben uns unsere Kinder, die natürlich Power haben und ihre Gefühle ausweben wollen. Dafür haben wir Produkte gestaltet, weil sie das eigentlich nicht tun dürfen normalerweise. Aber wir haben gesagt, ihr dürft das. Das ist der Boxsack Rocky und Roxane. Den kann man boxen und hinterher eben auch kuscheln. Oder diese Soft-Schwerter, mit denen man sportlich bleiben kann und sich nicht wehtut, weil die sind biegsam. Das ist die Idee und es kommt gut an, weil natürlich jede Familie mit Kindern das kennt, dass sie Aggression und Wut und wie kann man das ausleben. Man fängt an, miteinander zu kämpfen, oder? Finde ich super. Genau, es macht auch Spaß und zum Schluss sind alle glücklich. Super, vielen lieben Dank. Ja, toll. Wurde Ihnen präsentiert von Messebauer.com. Wir machen Messebau.